Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Anime Crossing. Ich bin es euer Skoffi 7.1. Wer sonst? Ich wollte gerade am Bioshock spielen, hatte aber nachher keinen Bock mehr, weil ich bin aus dem Spiel getappt und dann hat es rumgespackt, hatte ich keine Lust mehr. Na ja, auf jeden Fall, wir zogen jetzt erstmal eine gute Runde Anime Crossing. Das ist auch ein bisschen entspannender. Anime Crossing ist ein gutes Spiel, weil das nicht so hektisch ist und man hat wirklich dieses Spiel einfach nur um zu entspannen. Ist das nicht herzlich? Ein Kassettendeck, wow. Haben wir hier schon einen Schneeschrank? Ich bin ja nicht sicher. Kann auch sein, dass wir einen Schneekühler haben. Oder so ähnlich heißt das. Na na na. Na 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 na. Ah, fuck. So. Jetzt haben wir nur gehofft in die Töpfe hier, das ist ziemlich cool. So, ich will da mal sehen. Fick dich, Pusch. Ja, ja, so. Ähm. Ob das das Richtige oder das Falschheitliche ist. Und das sollte ich mal anfangen, das unkaußt jedem. So. Ich stelle, äh. Hm. An sich hätte man ruhig was da reinpacken können. Mach ich ein andermal. Oder hab ich was? Nee, grad nicht. Mach es einfach so. Ja. Und der kommt dann hier hin. Okay, es sind zwei verschiedene Sachen. Glück gehabt. Und wir müssen auch heute wieder die Schneematt finden. Ich weiß. Das ist echt der größte Scheißdreck. Ähm, wie war das nochmal? Schlecht auf eins? Ja. Ja. Aber so, jetzt gucken wir auf das, ähm, schwarze Brett. Aber, nix los. Flak. Flak? Warum Flak? Ähm. Mit Flak mein ich natürlich das Dateiformat Flak, was Audio in, ähm, ohne Qualitätsverlustiger Qualität, ähm, abgibt, abspielt. Ja. Ja. Ich hab keine Ahnung, was ist gerade da. Aber ich... Setze mich ein bisschen näher ans Mikrofon, damit ich ein bisschen lauter bin. Mal sehen, was er heute so im Angebot hat. Ja. Heute muss ich auch das bei den, ähm, losen organisieren. Ja, und... ...und 1000 Uhr. Das ist ziemlich wenig für mich. Kann, könnte ruhig mehr sein, tatsächlich. So... Äh... Okay, liegt sonst nix mehr. Das Problem hatten wir schon mal nicht. Also, wir haben... Ich würde sagen, wir haben dann am Ende insgesamt fünf. Das wäre... Ey, die wollen die auch nicht mehr loswerden, oder? Also... Äh... Und er meint, die reichen vier. Hm... Ich würde sagen, vier reichen. Aber das letzte Mal haben wir zwei... Mit zwei Stück hab ich auch zwei Preise gewonnen, deswegen... Mit Safestates geht das. Oh... Oh, das ist... Oh, das ist so... Oh, das ist so teuer. Also, so ein... Das ist eins der Beschissene... Und so ein Aufschlitzung... ...und, das ist krass, und... Ja, das ist ja auch... auch so wie sie zu schweißen rote mal wer gerade in der Klasse dass wir nicht in die Kante geht und 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 hallo ich let's play immer noch in der Klasse, das löst sich das Problem ja du sollst aufhören du sollst aufhören Nagi ist da Nagi er geht einfach wieder wenn du mir kommentieren willst dann ruf mich privat an ansonsten bin ich wieder weg und es geht eh niemand anders ran Lappen einfach so einen Lappen so wir werden auch das können wir jetzt verkaufen oh mit vier losen für mich hey morgen ist der Wester fällt mir grad so auf und jetzt fragt ihr bestimmt hey was macht so ein Score als der Wester komm komm vorbei was geht was geht ich rieche das wird eine erfolgreiche lotterie ich würde alle drei preise bekommen jetzt habe ich schon so viel scheiße gekauft das muss nur deswegen das muss das sein aber zuerst muss mir den scheiß Schneemann finden warum und die Schneegugeln finden boah gerade gegessen deswegen diese Geräusche ich bin ich bin ich bin satt ich glaube wenn ich mir jetzt noch irgendwas essen würde dann würde ich einfach platzen aber ich glaube das wäre nicht so cool und wollen wir das nicht jugendfrei ach wir können nach den steinen schlagen ja wir schlagen ja die steine sogar deswegen das ist vielleicht in Ordnung was ich gerade sagen das kann man kaut ok wir müssen mal sehen dass 8 Plätze ne 7 drumherum sind denn der letzte der wertvollste ist der 10.000er und den sollte man nicht verhauen ich glaube das sind halt 300er, 3000er und 10.000 das sind sogar 7 ey 500 Rechnungen, die gibt sind wow und ich check erstmal das Ufer denn da sind gerne welche und heute reden wir mal mit Bici das habe ich schon so lange geschoben jetzt besuchen wir sie auch endlich mal irgendwie wäre das cool hätte ich das Spiel für ähm original aber ist egal ja ich bin schwer beschäftigt ich habe mich heute den ganzen Tag nur gelangreit ich muss mal gucken ob ich morgen das Fitnessstudio aufgenommen hm ich war gestern aber heute nicht weil ich irgendwie zu voll war komm komm stirb zurück ok eine Ratfrage wow ein wundervoller Preis rosa ja ja es jah nur noch die hier das ist das leben hat mich belohnt und mit mir zu gehen erlaubt man muss es können und das Haus 19.15 und 3.50 Sekunden als sie das die gründen sein ausgesprochen hat waren zu schicken und der soll gut das kann klappen ich mache auch einfach mal ein safety hier ich weiß ja wie das mit der tastenkommunikation geht ich war ein bisschen noch ein zweites zur sicherheit safe state für das safe state das heißt in das feld e2 am besten nicht mehr reingehen denn sonst sehen wir den baum und ich glaube je öfter man den baum sieht desto schlechter sind seine chancen dass er wächst das hat jens gesagt und jens hat immer recht wenn er nicht gerade ruhig ist feinste stelle sich einfach ein mit seinem komischen namen wie er denkt wie er denkt wie er einfach nur denkt wow hoppla ich habe viele schöne hintergrundbilder seht ihr mich auch dann sehen wir auch mal mit bianca die heutigen Leute online konnte ich nicht mehr achten ähm klauen wir fiktig sie ist die einzige die sie kritisiert ich baue gleich eine ich drehe meine fiktig das ist keine talent das ist echt arschig von ihr ich habe mir vorgenommen ich will gitarre lernen aber ob das was wird weiß ich nicht denn ich glaube musik schon sind teuer ich kenne zwei privatpersonen die mithelfen könnten und ich weiß noch nicht ob das das für mich ist hm denn musik machen mit eventen live so die musik die ich auch höre das ist das ist lustig schwer und egal wie sehr ich diese musik mag das heißt nicht dass ich auch erfolgreich diese musik produzieren kann ja ansonsten wäre irgendwie jeder mensch musiker von irgendeinem genre aber so läuft das nicht muss ich mich als fans zufrieden geben und wenn ich immer super krass gitarre spielen kann dann kann ich ja irgendwelche ähm nach teils machen aber das sei dahingestellt ob ich jemals gitarre spielen kann es ist cool so lagerfeuer mäßig also ein paar grundgriffe wenn ich schon kann ich werde schon ein paar tipps bekommen denn youtube hat das irgendwie ich dachte so ich dachte so ja das klappt bestimmt aber irgendwas mache ich falsch aber youtube kann mir nicht sagen was vor allem weil hey guck mal du musst es machen ich mache es jetzt genau andersrum verwirrung 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 Lp äh AC dort ich hoffe er entschuldigt sich und ist dann weg das war cool ich glaube er entschuldigt sich dafür dass er stört und dann hat er und vielleicht sagt er noch dass es ihm wie auch immer geht ich weiß das nicht OH ein kaiserstabber ja ich habe hier gerade vor Freude und Überraschung auch die Kopf geschlagt ja haben wir der gute deutsche und der gute Fossil ich kann auch gleich einen Brief an nennen und shit hier muss ich jetzt erstmal das Unkraut freilegen weil das hier viel zu voll ist aber naja nö irgendwie nicht guck mal ne das einfach nur ok das sieht ziemlich verwirrend aus diese Stelle da aber es feiert nichts deswegen ok dieser blöde Stein wird auch nicht herkommen genauso wie ich stecken lässt das nervt nervt aber schön an den Appeschön wow what the fuck hat das habe ich gerade gesagt das mal dieses Schneekorgen die kann echt einfach nur ich glaube die ist voll so nun ja Oh Waschen los So Ah ja Und falls irgendeiner Von den beiden ankommt Die gerade ankam Ankommt Also nochmal von vorne Falls einer von den beiden ankommt Der gerade on kam Ich meinte nicht dich Sondern den anderen Mit Menschen die ich nicht mag Das ist gut Das ist echt gut Aber die gucken eh nicht meine Videos Hoffe ich Vor allem der eine nicht Ich glaube fast Ich weiß nicht Ich sag jetzt einfach Geist Ja Ja Das ist richtig gut Voll die gute Idee Und Hey Wo sind die Schneekugeln Oh Warte mal Ne Also ich war jetzt schon Ziemlich Boom Wer denkt er wäre der einzige Single Aber ich glaube Darüber rede ich jetzt gerade nicht Beziehungsweise nicht Heute Beziehungsweise Schreibt Wenn ich es tun sollte Ich glaube Ich glaube Ich sag es Oh Komischer Käfer Ich hoffe ich Ich hoffe ich Ich hoffe ich Aber das ist komisch Eigentlich dachte ich Animal Crossing würde mich Von Käfern abhärten Dann ist irgendwann mal Im Sommer Irgend so ein Käfer Mein Haus Geflogen Ne immer die Morten Die Morten Morten sind echt 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 teuflische Wesen Vielleicht sind die irgendwie So eine Mischung aus Einhörnern Und Dem Teufel Und Flügeln Ja Exakt das Sind sie Das erklärt alles Alles in denen Außer das fehlende Horn Aber Das ist glaube ich Nicht so wichtig oder Ne Ich habe nicht aufgepasst Was er geschrieben Serbe Ihr wisst zu viel Los Nehmt die nächste Waffe In eurer Gegend Und erschießt euch jetzt Ja Das ist zu viel Ich habe jetzt nicht gesehen Wie ich mit dem Kopf genickt habe Aber Das spielt glaube ich Keine Rolle Ich bin cool Das ist neu Das ist cool Er redet fast so mit Zeug Aber das ist cool So Jetzt setze ich mich In diese Ecke ein Yes Yes Ich habe Angst What Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn ermordet 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 Ich kann Schneemann ermorden What the fuck Falls ihr euch fragt Falls ihr euch fragt wie Ich sage es euch nicht Ne Ihr sollt doch nicht Ein kaltblätigen Mörder sein Wie ich Ne Ne Ey Hä Nicht eine einzige Kugel What the fuck Habt ihr diesen Trick gesehen? Der war krass Oder Wir müssen das einzahlen Ich weiß nicht Ja ich zahle was ein Fantast Wie ich Ich mache ihn Istvision So Something ist es